Willkommen zu einer neuen Folge LOL. Sessionale Spezialitäten mal wieder und zwar Doom Bots auf Doom. Ja, ein sehr lustiger Modus, wo im Prinzip die Bots richtig Hardcore sind und völlig unfair quasi Fähigkeiten haben. Denk an TP Smite. Habe ich, ach Smite habe ich vergessen, ja tatsächlich. Ja, und zwar, dass das dieser Modus ist, also wer ihn nicht kennt, also der sollte eigentlich total bekannt sein. Wir haben eigentlich, glaube ich, ja schon mal gespielt, der LOL auf Beschwörerstufe 30 hat oder so. Das ist halt der übelste Trollmodus. Oh stimmt, wollen wir tauschen? Ich würde gerne Brand spielen. Nein, wir können, nein, 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 ich spiele Brand. Denn Brand war im letzten, äh, bei der letzten Runde, äh, letztes Mal war Brand halt gebannt. Den konnte man gar nicht beten. Mal gucken, wie der ist. Äh, nächste Runde kannst du ja spielen, wenn du möchtest. Und zwar die Sache, warum man TP Smite mitnimmt, die Bots können halt wie bekloppt pushen. Die generischen, ähm, Tower sind nicht angreifbar. Ja, deswegen, und, äh, die Jungle Camps kommen quasi auf die Lane und helfen, helfen den gegnerischen Bots. Deswegen braucht man halt Smite. Ja, das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Das ist halt total stumpf, aber macht halt richtig fun. Und ja, man, lock mal ein. Achso, Entschuldigung, ja. Oh, jetzt hab ich's eigentlich. Jetzt war's eh zu spät, war eh null Sekunden, aber ich meinte das nicht. Muss mal ein, muss mal einlocken, das warten wir hier ja 30 Jahre. Ach, komm. Und ja, auf, ähm, äh, in diesem Modus nimmt man halt, ähm, Champions, die halt auch am Anfang Schaden ohne Ende rauszimmern können. Also, in Six ist es zum Beispiel auch gut. Oder Darius. Also, halt alles, was irgendwie Burst rauszimmern kann. Und ja, mal schauen, also, ähm, wie die Bots so sind. Welche Stufe hast du genommen, Schwierigkeitsstufe? Äh, Timo war Buh, also das ganz normale. Achso, das ganz normale. Ja, die Sache ist die, wir müssen 15 Minuten, äh, standhalten und danach kommt quasi der Timo. Dann gehen wir beide auf Botlane, oder? Ja, ja, wir haben doch hier das, ähm, das, ähm, beste Team für Bot. Zwei Supports. Wow. Ja. Und achso, und die Ultis und alles, weißt du ja gleich was, sind alles halt übelst krass. Die sind halt übelst verstärkt worden und die haben teilweise auch so Random-Fähigkeiten. Zum Beispiel können, äh, können die sich wie die, wie die, ähm, äh, Rise-Ult-Deporten und, äh, keine Ahnung, das Aufstampfen von Shogat. Das ist, ähm, wie so ne, wie so ne, ähm... Wie so ein Debuff quasi, ja. Ne, 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 wie, 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 wie die, äh, wie die R-E-Taste von, äh, wie heißt dieser kleine Knipsel mit dem, mit dem Roboter, mit dem Mausschuss, mit den Türmen. Heimelinger? Heimelinger, genau. So ungefähr sieht die aus, also halt, und da wird man überall hochgenockt und die Six-Ult hat ja noch so kleinere Bomben außenrum und, äh, ist total krank. Also, das ist total lustig. Ja, ist echt fies. Und in der Yasuo-Wirbel, vor allen Dingen, die, 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 äh, die haben auch keinen Cool-Land drauf, also Yasuo kann irgendwie gefühlt alle drei Sekunden seinen Wirbelsturm machen und, äh, das ist halt absolut krank. Oh, ab auf Botlane. Jo. Ja, okay. Support du. Ja. Oh, ey. Also ich glaube am besten für uns, wir wirklich noch, wenn es Udi und Lulu wäre, also, also. Ja, ja, mit Fortschirm kommt auch noch auf Botlane-Senoa. Willkommen in der Fluss der Beschwörer. Ja, sobald so dritt auf Botlane, wenn sie es nicht merkt. Eigentlich müsste sie ja Toplane gehen. Ja, wo der irgendwo anders hin. No, no. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versammlung. Wow, jetzt ist es gecheckt. Ja, warum soll ich denn hier hingehen so? Fuck you all. Ja, man hat ja auch wieder mit der Premium-Klasse zu tun. Ach, ist doch scheißegal. Interessiert mich halt nicht, was die erzählt so. Komm, wir gehen mal voll auf den Sack. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Schade, dass man hier auch nur mit 500 Gold startet, ne? Ja, gut, müssen wir halt ein paar Kills holen, ne? Ja, 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 ja. Gibt es doch auch die Quests oder nicht. Über Level 5 20 Tötungen, 10 Töten, genau. Schadensfrägerung, 20 Tötungen, Gold, 30 Tötungen, Zähigkeit. Also, ja, mal schauen. Gibt es hier... Hast du doch oben rechts stehen. Ja, ja, Primary-Quests und Secondary-Quests. Genau. Annie war schon Mitte, Annie ist Mitte. Ja, ja, die sind hier. Lass erstmal mal gucken, ob wir was bekommen. Oh, ein Six. Boah, ja, das hier ist zum Beispiel eine der Sachen, ne? Heilige Scheiße. Ja, ja, die machen gut Schaden. Vor allem, die Bomben verfolgen einen hier. Guck, siehst du das? Ja, und die Büsche brennen, wenn man da drin ist, zieht man hier ein, ne? Kriegt man Schaden. Ja, die sind aber auch aggressiv. Ja, ne? Ja, vielleicht kriegen wir sogar noch Kill. Ja, hoffentlich. Vor allem, ich war erstmal Level 2, hoffe... Ah, scheiße. Haut ab, ihr Bomben! Oh, Gott sei Dank, können wir schon mal ein Flussblatt. Ja. Oh, ich hab ja den Six. Ah, scheiße, reicht das? Ja. Oder? Ja. Sehr schön. Na. Oh, du Spinner. Hau ab! Geh weg! Nein, geh weg! Ich kann jetzt stunnen. Oh, da kommen jetzt die ersten Jungle Cream. Oh, da kommen schon mal die Wölfe. Sehr gut. Ist das keine Kekse mehr? Oh, nein, nein. Ich muss weg! Danke, ich bin gleich wieder da. Ja, beeil dich mal bitte. Ich gebe mein Bestes. Oh, man hat hier schnell einen Backport. Ja, wenigstens etwas. Na, immerhin. Das hätte ich nicht gemacht. Na doch. Oh, jetzt kommt's. Ja, sehr schön. Keiner. Jetzt kommt der Frosch. Na toll. Leute, Leute, Leute. Ja, sehr gut. Ja, ich hab mir schnell mal Leben geholt. Ja, ich hab's gesehen. Der ist wieder da, ey. Dann auch. So. Oh, schweck. Scheiße, willst du jetzt wegschnell? Oh, Alter, nein. Ich hab kein Mana mehr. Ja, ich seh's. Ich hab zwei Dorans. Wow. War wie ein Zwerger. Ich muss schon wieder weg, Alter. Alter, jetzt kommen die Kakuna. Meine Güte. Ich hab auch kein Mana mehr. Kommt zurück. Es tut mir ja leid. Jetzt haben sie die Pantheon-Passive. Wir fübbel Flask, nehm ich mal mit. Fuck, 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 fuck. Ja, wie ihr seht, du musst weg, du musst weg, du musst weg. Ja, ich hab's. Wie ihr seht, ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Modus. Macht halt tierisch. Alter, Alter. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. So. Äh. Schaden. 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 Damage ist besser als Schaden, weißt du noch. Oh, jetzt kommt der Blue-Buff. Oh, das ist aber toll. Ja, ne? Den kann ich gut gebrauchen. Ja, ich auch. Aber, aber er ist jetzt, er ist jetzt so was, was die, äh. Ah, sehr schön. Okay, jetzt hast du den Blue-Buff auch. Oh, ja, nimm nur den Red-Buff. Toll. Ja, das meinte ich halt, ne? Ja, es kommt halt alles auf die Wave, ja. Egal was. Nein, aber. Ja, darf ja auch deiner bleiben. Hab ich gar kein Problem. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Hat der nicht Double-Buff das Unfeuer? Bob. Meiner. Jo. Nein. Ah, ist der Sack. Fuck. Der Schweinepriester. Sehr schön, den hast du. Jo. Ja. Alter, wir rotzen hier. Ich sag hier weg. Ja, gut, das ist halt auch der einfache Modus, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Aber warte mal. Komm nach oben. Honeyfood. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich hab Blue-Buff und Red-Buff, sehr gut. Ich hab nur Blue-Buff. Double-Buff. Ach so, hier dürfte auch nicht reingehen, das sind dicke Timo-Pilze. Oh, fuck. Alter, was war denn Yasuo hier? Höh? Ja, Top-Lane haben sie eingerissen, dann roben sie doch. Ja, das kommt übrigens auch dazu. Dausicke. Ja. Genau im Weg. Mann, 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 hör doch mal auf, so rein zu fügen. Ja, ne? Schrecklich. Schrecklich unsere Läden. Mein Gott, Walter. Hau ab mit deinem Bomben, du Arsch. Ja, bleib doch drin stehen. Nein, super. Auf. Zwei, eins. Können rauf, können rauf. Okay, dann los. Er hat ganz schön viel Leben irgendwie. Naja. Er hat jetzt ein Schild gehabt. Uu, lauf! Oh, fuck. Ja, ich war gestunnt halt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Äh. Oh, fuck. Oh, halter Knopf. Kriegen wir noch? Ja, ja, das ist halt... Die haben auch die, die, die... Der zieht hier Gift-Spur hinter sich her. Die haben hier die Dings-Passive. Ja, Sing. Sing, genau. Ich kam halt nicht auf den Namen. Der Sing schreckt 0-5-2. Oh, schon wieder Blue-Buff. Nein, 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 nein! Oh. Hab ich bekommen. Toll, du hattest doch schon Double-Buff. Naja, du warst ja nicht in Range. Ich hab den Double-Buff vom Dings gehabt. Hier kriegst du wieder den Blue, äh, den Red. Ich bin ja nicht so... Oh, wow. Oh. Ja, komm her, Six. Ah, dieser scheiß Uwe. Ja, vor allem, die macht dir ein Damage, Alter. Sehr unglaublich, ey. Das ist ein Uwe. Halt dein Maul. Oh, wiedersehen. Hast du den? Ah, fuck. Wir haben halt eigentlich Schiss, ey. Oh, die sind kackt 12 hier schon wieder. Oh, wir halten aber. Du musst unbedingt back, ne? Hast du TP ab? Papala, pap. Papala gibt's nicht. Ich hab Smile, ich hab Red Buff. Du gehst schon wieder hier. Tschüss. Oh, Alter. Oh, nein. Ja, ja, ich geh back. Ich muss back. Überlebst, überlebst. Oh, dir kommt. Ja, ja, ja. Versuch doch zu deffen. Oh, ich hab sowieso wieder hier. Hau ab. Was? Jetzt bin ich am Arsch. Ich muss back, ich muss back, Alter. Ich hab noch 100 Leben. 150. So, starb der Zeit, Alter. Fertig. Jetzt brauch ich irgendwas mit Armor-Pen. Oh, fuck. Ich komme. Ja. Das kann ich nicht aufweichen. Das kann ich nicht aufweichen. Mit Ult vielleicht noch maximal oder so. Das kann ich nicht aufweichen. Ja, ich weiß, wir stehen ganz gut, ne? Heilige Scheiße. Hau ab, Mann. Wow. Wo kam der Damage her? Leck mich am Arsch, ey. Jetzt komm. Jetzt hau ab, Mann. Jetzt hau ab. Puh. Ach, das war nur eine Schakopuppe. Oh, warte mal. Da ist ein Jaru-Low-Life. Was wollen die denn alle hier, Alter? Jetzt sollen wir hier reinziehen. Ja, das war so weg. Alter, sind wir deren eigenen Lame. Ja, die ignorieren sie halt volles Met. Okay, ich geh top. Ich schwirr zweieinhalb, Alter. Dann geh ich jetzt back und geh top-Lame. Ich hab 4.000 Gold, ich muss er kommen. Jo, definitiv. Also, ich glaub, das Gold, was man bekommt, ist, glaub ich, minimal erhöht. Ja, minimal, ja. So, Sonja, es bringt dann nicht wirklich viel. Nee, nee, aber Rabadons kommt als nächstes. Oh, ein Boyz-Daf. Alter, jetzt sind schon wieder alle top-Lame. Die ein Bot-Lame, mein ich. Oh, Rabad. Oh, ja, aber wie gesagt, der Modus macht halt übelst Fun. Nein, nein. Was denn? Ah, hier ist übelst Party. Ich kann roam. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich bin auf dem Weg. Mach der Gewohnheit immer Wards rein, Alter. Boah, die Lulu hat mich eiskalt weggebombt. Ich bin auf dem Weg. 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 Nein. Ah, Hände weggemacht. Na toll. Wow. Beweg dich, der Schweine-Priese noch nicht mal, Alter. Alter verweilter Ja naja das grenzt richtig an der Arbeit Vor allem guck dir den Schweinepriest da an Wir sollten weg Yo sollte reichen Sollte reichen Ja Ja Erstmal schön Double rausgeholt Ja durch meine Arbeit Yo alter wie geil Komm ich hol mir mal ähm äh Verderbenden Trank Ach du hässliche Scheiße Denk an Verderbenden Trank Ja ich muss nochmal zurück Wir müssen noch 2 Tötungen haben Und haben noch 3 Minuten dafür Oh shit Fuck Woah Woah Nein Alter bin ich aber geplatzt ich glaube ich werde mir jetzt ein defensives item kaufen das ja auch mein kann ja mann wie du denn immer auf mich ja nein da war keiner im weg ja nein wirklich danke dass du mir sagst jetzt kommen sie aber alle hier ja 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 ich glaube wir zurück ja weg ist er hier hier kommen von hinten ja 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 hier sind drecksbomben ey helft mir ich habe keine dinger mehr aber wir haben Exhaust die Schweinepriester haben echt Exhaust Alter oh Mensch schön Skinners denk an die Refillable Potion ne ja ich versuch gleich erstmal alles mögliche anregeln boah boah ey die Scheiße boah was war das denn ach das waren okay die ändern auch ihre Optik ey das wusste noch hab ich gar nicht mehr auf den Sturm gehabt ja auf jeden fall äh ja naja jetzt kommt Timo ne toll dann nehme ich mal lieber einen Pot oder aber nichts wieviel brauche ich denn noch dafür äh 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 schon wieder Drake gemacht diese Seisäcke ja aber jetzt kommen sie mit der fuck 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 ich bin auf dem Weg ja gut jetzt reißen soll sein ja gut das ist durch ja aber ist lustig man kann es ja halt nicht ändern ne jo und jetzt kommt Timo oh fuck das dauert jetzt nicht mehr lange aber aber Geh Base und hol'n Pot Geh Pot Geh Pot Geh Potten oh ja voll ist nett zu sein ja das sind die großen Lendpfeile von Timo by the way ja 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 gut wir haben ja nichts mehr ne hey boah alter was ich wollt grad sagen er hat jetzt noch ja noch nen Kill gekriegt ich wollt grad sagen er kommt jetzt noch raus ey boah der Bonus ist halt so lustig er macht halt abartig Fun jo machen wir jetzt zum Bonus noch einen ja natürlich machen wir gleich noch eins ähm oder ich weiß gar wie lange haben wir denn wir haben 18 Minuten ich denke das ist doch so schlau komm dann machen wir noch eins scheiße das brauche ich schnell ja machen wir noch eins jo ähm ja gut ähm wir sind gleich wieder da bis äh gleich ready to set the world on fire ja und mit den Worten willkommen zurück zum zweiten Teil von äh Doom Bots of Doom und ja wir dachten uns weil damit ihr Abwechslung habt ähm nehm ich mal Luchs und krieg's nen Brand wow ja 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 sonst gibt es äh wenn die mal einloggen würden ich hab nämlich jetzt keine Lust drei Minuten zu warten aber in dem Sinne erstmal Prost ja ähm würde ich auch gern sagen malzbier milch ja milch ja milch jacks mf wird auch ist das derselbe von eben dieselbe mf könnte sein ja selber dieselbe mf ja 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 man kann's sagen Fido 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 Fortun ja Miss Fido oder irgendwie sowas genau Miss Fido ich finde immer geil bei meinem Splash Art von Luchs dass die noch Mana Tränke hat ich find das halt so geil oh die haben auch einen Brand ja 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 wie lang ist's her ja das kommt ja bald wieder ne ja aber irgendwie nur so zufällig irgendwie ja das ist irgendwie eine Mastery die du äh auswählen kannst als Support oder so dass du da random irgendwelche Items bekommst also halt so so Kekse Tränke et cetera Worts so was Finde ich ganz geil die Idee gibt da so ein Ding das du irgendwie so Phantom Worts nehmen kannst oder so dass wenn du ein Wort clearest äh äh erscheint da für dich dann ein Wort ok ist dann auch irgendwie cool oh das ging aber fix ja so Dorans Trank Trank Wort Wort bringt zwar nichts aber ist egal Wort kriegst du automatisch ähm denk daran refill refillable Flask zu kaufen so schnell du kannst hab ich nämlich gerade auch nicht dran gedacht ja ok was haben wir denn also wenn wir oh Malza Morgana haben wir hoffentlich ich hoffe der Brand Alter die haben wir ganz schönes Krebs Team ne also da müssen wir glaub ich auf jeden Fall etwas mit MR kaufen das haben wir glaub ich echt ein Problem alter machen ja alle durchgehenden MRAP Schaden und Morgana ist Support oder so die hat das einzigste keine Ignite lass uns mal trappen vielleicht kriegen wir da ja gut wir können noch nicht wirklich stun den Q ja 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung ob die erst den klären ich würde mal gerne interessieren ja das würde mich jetzt mal interessieren ich meine anders brauchen wir den Wort ja eh nicht ja ja wäre jetzt auf jeden Fall sehr interessant zu wissen äh bei ne ich weiß gar nicht wir müssen mal drauf achten vom Prinzip her bei Minute 7 müssten wir ne warte mal ne ne bei Minute 8 müssten wir oder 37 oder sowas müssten wir hier die Pflanzen haben ne ich glaube ja die Spawner die Spawner wie bei Minute 6 630 also jetzt hier runtergerechnet irgendwie sowas müsste es so um die Müsse ja genau ja mal schauen mal schauen wo bleiben sie denn die die Opfer ja die kommen ja erst noch ich glaube der Wort wird voraus laufen dann musst du deinen stellen ne ich hab meinen schon gestellt ach so weil ich hab gemordet ach so ja 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 nicht dass wir gegankt werden ja obwohl ne es dürfte das äh aber oh die machen ihn weg jo die machen ihn weg ok wir haben Blitzcrank das war natürlich eine richtig eklige Lane hier was haben wir denn Blitzcrank Morgana naja gut ach so ja ich bin ja kein Brand mehr ich muss mich erstmal grad dran gewöhnen wieder uff um oh und catch ach schade ja egal einfach gegen oh ja stimmt wir kriegen ja Leben wieder wenn wir die Minions in Power hauen ja oh oh ja ja ganz ehrlich was willst du denn gegen sowas machen ey ja 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 gut du bist down ah scheiße ich hätte Q machen sollen fuck äh refillable jetzt hä wieso kann ich die nicht kaufen? ach so jetzt kann ich sie kaufen äh ja ach so falscher Knopf nein was ist denn vor ihr? alter was hat der für ein Schild ey alter was hat der für ein Schild ey ja was hast du das Schild gesehen? ja ja deswegen ja na komm danke Mann ey da kommst du echt nicht gegen an ne? boah ey das ist das ist halt das ist halt übelster Krebs ey vor allem das das halt äh äh dass halt die Hooks in alle Richtung kommen und halt die Qs ist halt der scheiß geh lieber zurück und stirbste auch noch ja da jetzt fielen wir mal rein wobei äh zwei Kills es geht noch nein zu vieles zahlen nein wir ich hab noch keinen Tod ja 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 du hast dich aber sterben lassen ach so naja boop alter ein Gebrod ach fuck bom ja 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 jetzt kriegen wir sie gleich mal ach hier ist auch noch einer ja 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 ich muss mich gerade auf äh ein bisschen konzentrieren auf boah alter ist der schon wieder da eh ich hab keinen mana mehr uhh nein oh god fixe ich gr instinct an ah nein oh man ey ja natürlich ist das fies Ja, Doom Bots of Doom. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich geh mal back. Ich hab gleich meinen ersten Teil von Morello. Wenigstens gibt's hier die schnellen Rückrufe. Oh mein Gott, Walter. Ja, gerade als Übels gefiedelt. Ich weiß nicht warum. Aber ich hab jetzt die Refillable Flask. Oder wie heißt das? Ne, Verderbender Trank, genau. Junge, kauf dir auch keine coolen Boots auf Brand in dem Modus. Doch. Kauf dir die Mercury's. Äh, nicht die Mercury's, die äh. Oh, stirb mal gar nicht. So exorstest du mich, du Lauch. Das, das bräuchte ich auch. Oh, aber. Ja. Oh, brauchen Leben. Minions, lauf den Tower. So schnell wie 6 hier auch. Ach, nein. Kopier halt sie wieder. Wes? Na, wollen das, Alter, dumm sein? Ja, können sie. Ich glaube, so beim, äh, beim Nachhinein. Wäre das gar nicht so bad, noch Flash zu kauf, äh, holen. Nein, ich bin tot. Bin ich tot? Oh, Gott sei Dank. Zwei, eins, Abfahrt. Oh, beide gecaged. Unglaublich. Die Geschilde, ne? Oh, Alter. Alter, vor allen Dingen ist die grad weggeflasht, hast du das gesehen? Ich kann nichts machen. Hast du das grad gesehen, dass die, dass die von meinem E raus geflasht ist? Ja. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Alter, ich sollte mich da, ich sollte mich da vielleicht nicht hin teleportieren. Wieso sind, Alter, wieso hatten die Toklis schon wieder den Tower verloren? Wie geht das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wir fliehen die ganze Zeit rein, ja? Und verlieren den Tower nicht. Ich hab gleich geholt, ich hab gleich geholt, ich hab gleich geholt. Boah, ich bin gleich tot. Jo, voll im Plan. Oh, das kriegst du alle. Ja, ich kann nicht! Jetzt, lol, nice. Ich konnte das irgendwie gerade nicht... Ja, sehr schön. Ich konnte das irgendwie gerade nicht aktivieren, das war irgendwie geblockt. Bin der Jacksea, Alter. Geh woanders dumm sein. Lol. Aber jetzt kommen die Nächsten hier. Boah, Alter! Ey, das ist halt so Nerve, dass die immer von der Seite kommen, die Drexteile. So, ich hab'n Morelos-Fan, jetzt muss ich auch irgendwas Defensives bauen, ey. Probier ein Viertel-Ult hier. Jajajaja. Das ist halt nicht schön. Geh dich mit Javu-Grün vor. Hä? Heilige Scheiße, ey. Boah! Boah, Alter! Boah, 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 Boah! Ich hab'n super fertig. Alter, mal sehr fertig, ey. Alter, euch bis zum. Alter, ehrlich, das ist fertig. Vor allem, dass ich halt nix bekommen habe, war echt traurig, ey. Boah, jetzt sind wir in der Mitte? Jaaa. So, wenn... wenn wir uns... wenn wir uns ein bisschen äh... dran gewöhnt haben, werden wir mal die Hardcore-Version spielen, wa? Oh, lass mal gucken, ob wir nachher mal ein Team zusammenbekommen für Fünfer-Premate-Teams. Ja, das ist bestimmt auch lustig. Könnt man den Drake machen, was ist denn davon? Ja, dann komm. Aber wohl bringt uns nichts. Der Drake bringt nichts. Ich möchte aber mal sicherstellen, ja, ich war letzte Runde gefeedet als du. Kann ich hier weiterlaufen? Ne, ne, da darfst du nicht, das sind Fimo-Pilze. Die machen guten Schaden. Ich muss mal Bot-Lane. Hast du TP ab? Ja. Ich bin wieder runter. Oh, ey, das wieder. Heilige Scheiße, wow. Leute, helft mir doch. Macht was. Er steht gleich noch weg. Ich bin wieder, ich bin wieder wegen euch gestorben, ey. Das ist unglaublich. Kein kollidiales Verhalten hier. Ne, ne, ne. Reicht das nicht? Dann behalte ich den Dorans Link doch wieder. Nein, ich wollte keinen Schildsgillen. Ehe. Ne, wie ich diese Bart-Ul. Ja, ne, 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 so, aber vollkommen random. Warum? Bart-Ul. Nimm doch ruhig mal mit, ist doch scheißegal. Kommt schon wieder der Hessel, gib an. Ja. Aua. Nein, vorbeigeschossen. Fuck. Ja. Eduard Laser, rasiert, ne. Wie war das? Ja, frag nicht noch so'n Schein. Ich find' den Bot einfach nur geil, äh, Mod ist einfach nur geil, ey. Es ist halt so stumpf. Ja. Uh, ich sollte weg, Bart-Lane. Bitte? Der Vettel ist echt nutzig. Den kann man echt, den kann man echt, den kann man pumpen, aber... Wow. Aber hat immer noch genug Möglichkeiten? Nein! Oh, kommt schon! Oh, 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 oh. Okay, ihr habt überlegt. Hahaha. Nein, er nicht. Ich hätte noch ein Schild geben können. Hahaha. Das war richtig arschig, aber ich hab das zu spät gesehen. Hahaha. Hm, die Frage ist natürlich jetzt, kauf ich mir, äh, Schleier der Tunnelfee oder ist denn Rabadons? Ja, du machst deine scheißen Brand schon wieder hier. Oh, Alter. Kauf ich mir, kauf ich mir Schleier der Tunnelfee, also was defensives oder Rabadons? Ich denk mal, die, äh, Antwort ist logisch. Uuuhhhh. Alter, die sind alle mir hinterher geflasht. Hahaha. Du hörst mir grad nicht zu. Ich weiß nicht, kauf doch einfach. Ja, mach ich doch auch. Ich kauf natürlich Damage. Hahaha. Ey, Damage ist auch viel besser als Schaden. Ja. Oh, fuck nein, unser Tower. Das war ne gut geholt. Das war ne sehr, sehr flockig geholt. Nein! 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 Boah, Alter! Das Traurige ist mit der Schleier, der Tunnelfee hat dich vermutlich überlebt. Boah. Oh, warte mal. Oh, ich muss mal Toplanen. 30? Sieb... Ne. 60. Okay. Nehmen wir uns erst mal das mit. Ich habe keine Dunkelzimmer. Sondern... Echt. Oh, fuck. Ich komm bitte. Boah, Alter. Ey, der Brand ist halt so krank, ey. Ja, der Brand ist echt eklig hoch 10, ey. Hä? Wie konnte das denn nicht treffen, bitte? Aber ich versuche mal, Spot zu treffen, aber... Ja, ich komm auch. Ich bin 0. Ja, ich hab hier jede Menge Party gerade. Ja, ja. Ich seh das. Ich seh das. Hier kommt ein Fiddle. Boah, da kommen noch mehr. Boah, Alter. Was hat mir gerade so Damage gemacht? Ich glaube, der Fiddle, ja. Ne, ich glaube, er der andere. Bitte? Ja, ich glaube, ich kaufe immer ein bisschen Leben. Also eine Nuance natürlich nur. Oh, cool. Wie hab ich ein Fiddle denn getötet? Passive vielleicht. Oh ja, das kann so hören. Boah, Alter. Der platzt aber auch instant, der Junge. Na gut, der hat doch keinen Fiddle mehr, ne? Boah, cool. Na ja, wenigstens noch einen mitgenommen. Aber gut, ich glaub, das kriegen wir noch nicht mal... Also die laufen jetzt klar die Bude ein, ne? Die haben Harald hier. Oh, ein Blue, ein Blue, ein Blue. Ach ne, das ist der Herold. Ich hab ja gesagt, das ist der Herold. Und jetzt einfach alles mei drauf, auf den Harald. Ja, ja, ne, zu. Ich werde nicht älter, äh jünger. Na schon, ne, krank holen. Nee, ich hab keine 500 Gold über. Ich bleibe auch nicht, aber kann mit einem Modus leben in Mahnung holen. So, jetzt aber. ja von unten kommt ja da kommt meins auch vor allen dingen doppelte vasallen ey warum kommen super vasallen doppelte das haben sie doch auch neu gemacht oder nicht das war doch vorher auch nicht der fall ich glaube auch ja oh fuck jetzt sitzt sie hier schon nein geh weg was sollst du denn was sollst du denn gegen so eine armee vermutlich das machen da ist schon cremig aber ich fand aber letztes mal hatte die hat das andersrum mit lux brand besser funktioniert da sind wir am early ein bisschen besser ins dritte rollen gekommen wer kriegt dach kommt bist du ja weil wir mal gucken sie mal kurz den damage grafen an würde ich mal sagen damit gibt es da auf jeden fall ohne ende ja wir beide haben most damage mit mf zusammen du hast mit abstand den meisten ja du hast 36.000 ich habe 24 500 und die mf hat 23 600 geht ja ich hoffe ihr hattet spaß dran und ich würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge wieder einschalten bis denn dann macht's gut tschüss bis denn tschüss so dann setzen wir erstmal den glühwein auf ich wollte gerade sagen also